Die hat Nina also auch nicht gesagt, was zwischen Max und dir vorgefallen ist? Nein, nur dass es vorbei ist und dass sie Abstand braucht. Ich glaube, da stecken mehr dahinter. Wieso? Na, mir hat sie gesagt, dass sie anderswo irgendwo neu anfangen will. Ach, wirklich? Ja, sie war aufgewühlt und durcheinander. Ich hatte fast die Befürchtung, dass Max handgreiflich geworden ist. Also, Max wird zwar immer unheimlicher, aber dass Anina was antut? Ich hatte eher den Eindruck, dass ihr die Trennung ziemlich zu schaffen macht. Immerhin, sie musste sie feststellen, dass es nicht für ein ganzes Leben reicht. Und irgendwie hat die beiden ja auch Max' Krankheit zusammengehalten. Aber, besser muss sie doch nicht Falkenthal verlassen. Na, hier erinnert sie alles an Max. Ich würde auch woanders hingehen und einen Neuanfang machen. Ja, du hast recht. Es beunruhigt mich nur, wie viel ich weiß, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Hast du Angst, dass du sie nicht wieder siehst? Wenn sie einen Neuanfang braucht? Geht dir. Untertitelung. BR 2018